Patrick Pizzenborger, Jahre ist es hier. Ich bin im Ruhestand. Rita Parker Sloan ist verstorben. Rita hat testamentarisch verfügt, dass sie ihr die Haare und das Make-up für die Beerdigung machen sollen. Meine Kundin verleihen qualitativ hochwertige Pflegeprodukte. Suchen Sie was Bestimmtes? Perfect Blondierpulver und Vivante. Baby, das Zeug ist für unser Haar überhaupt nicht geeignet. Oh mein Gott. Pat, wisst du das? Du siehst so durchtrainiert aus. Ich bin überrascht, dass sie sich noch an mich erinnert. Ist doch klar, sie war der Liberace von Zendusky. Ich soll eine tote Schlampe wieder menschlich aussehen lassen. War sie eine Nervensäge? Sie war ein anspruchsvolles republikanisches Monster. Klingt nach Albtraum. Ich habe sie vergöttert. Auch wenn ich sie nie richtig gekannt habe, sollen sie wissen, dass sie mein Leben verändert haben. Du bist echt richtig goldig. Pat ist wieder da. Pat, danke! Ich, ich bin überrascht. Ich bin überrascht. Ich bin überrascht. Vielen Dank.